Ich begrüße euch, das hier wird nur, das ist nach dem Motorvlog, ich habe es doch vor dem Motorvlog gucken, weiß ich noch nicht, eine Frage, und zwar, ich weiß ja nicht, wo ihr alle so herkommt, und zwar suche ich, sagen wir mal, Zweiradfahrer, eigentlich hauptsächlich so Rollerfahrer, 50 Kubik Roller, Mofa, 25 Kubik Roller, 50, oder ist egal, die mal Lust hätten, vielleicht auf ein Treffen, vielleicht mal, dass wir ein bisschen zusammen rumfahren, eben anständig, so Leute aus dem Umkreis, so Kaffee Gooding, wenn es welche geben sollte, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare euch melden, am besten, wenn ihr Instagram habt, dann mit eurem Namen, Dann würde ich mich bei euch mal melden, dass wir vielleicht mal für den Sommer zusammen ein Treffen starten. Vielleicht mal zusammen einen Modoblog machen, ein bisschen rumfahren, wenn da Interesse besteht. Es sind ja viele Rollerfahrer auf den Straßen unterwegs. Man muss sie mal eben finden. Jetzt langsam kommen sie wieder raus, so wie die Bienen. Es wird warm und die kleinen Bienen kommen jetzt wieder raus. Ja, das wäre mal so ein Gedankengleich. Wird das ja mal was. Einen habe ich ja schon gefunden, einen YouTuber, hessens Darkseider. Grüße gehen an dich raus. Schaut doch mal bei ihnen vorbei, ich werde ihn mal unten verlinken. Mit denen habe ich jetzt mal vor, wenn das Wetter wieder perfekt wird, mal einen Blog zu drehen. Ein bisschen rumzufahren, wenn er Interesse dran hat. So, das war es schon wieder. Das war nochmal ein kurzes Video und eine Suchanfrage bei YouTube. Warum immer Google. Eure Ali. Dann macht's gut.